Wer bei der Sparkasse arbeitet, kennt sich mit Zahlen aus. Da ist es nur logisch, dass sich ein Wettbewerb, bei dem sich alles um Zahlen dreht, auch hier beendet wird. In der Erzgebirgssparkasse in Annaberg-Buchholz wurden die 25 Preisträger des Regionalbereiches Erzgebirge Mitte für ihr erfolgreiches Abschneiden in der zweiten Stufe der 56. Mathe-Olympiade ausgezeichnet. Insgesamt 122 junge Rechenkünstler in acht Klassenstufen aus vier Gymnasien des Altlandkreises Annaberg hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Für die neun Besten der Klassenstufen sechs bis acht geht es im nächsten Jahr dann in Runde drei auf Landesebene weiter. Ganz besonders erfolgreich waren die Mathe-Schüler des humanistischen Greifenstein-Gymnasiums Thum. Sie konnten zum dritten Mal den Pokal für die beste Schule im Regionalbereich mit nach Hause nehmen. Der Pokal wird seit 2012 vom Landrat gestiftet.